Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Let's Play. Wir spielen mal wieder ein Wimmelbild Game. Habe ich nämlich gerade irgendwie Bock drauf. Wir spielen Enigmatis Teil 2. Die Nebel von Ravenwood. Sammleredition. So, dann spielen wir erstmal Nebel von Ravenwood und da gucken wir später mal rein. So. Jetzt geht's hier wieder rund. Verschlossen. Dafür brauche ich Einschlüsse. Schön. Okay. Erstmal alles mitnehmen. Schlüssel mitnehmen. Okay. Mehr können wir hier jetzt eh nicht anklickern. Guck nicht so doof. So. Da, da. Noch nix. Dann. Dann haben wir da für die. Wunderbar. Und rein da. Und schau. Wow. Da ist ein Schmetterling. Guck mal mal in den Kofa rein. Er schreckt mich da nicht so. Mom? You're not my mom. Where is she? It's okay, sweetheart. I won't hurt you. Let's get you out of there. Come on. You don't have to be afraid anymore. I'm here to help. Can you tell me what happened? My mom. She's gone. I'm scared. Is your name Becky? Becky, you're safe with me now. Take a deep breath and try to tell me again. Where's my mom? I want to talk to my mom. She's too shook up to talk to me. I need to calm her and win her trust somehow. My mom. She's gone. I'm scared. I'm scared. Okay. Er reicht Fakkel ihr gegen. Ist wohl eher nicht so sinnig. mit der spießig angel können wir uns da den damit können wir uns hier den dinge zu zurecht haben nicht schon wieder mit dem mädel quatschen was war das? ich sah es früher auf der drive in aufziehschlüssel teddybär strauch wegschneiden nehmen wir jetzt mal das mit ok ich muss die fehlende pfote sammeln ja wow da können wir nichts machen ach ja die aufziehmaus entschuldigen meine güte ok den schlüssel da 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 hin ich muss ihn trocknen dafür brauchen wir den die müssen wir erstmal wieder zurück und nochmal rein ach ich hab die batterie schon aufgesammelt ja wow ich war jetzt gerade dabei dass ich erst noch die batterie aufheben das habe ich noch mitgekriegt das habe ich noch mitgekriegt dass ich die schon hatte wow so das ist aber schön genäht ich muss die fehlende pfote annähen und den pullover anziehen und den pullover anziehen so schön den müssen wir da jetzt bestimmt ihr bringen oder? Teddy she was a present from my mom that should only sting a little now let's put a baby my mom and dad are gone a monster took them can you find them? please? a monster? oh sweetheart release oh 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 Okay. Läuft, kann man mal machen. It's all gone. The camper, my truck, Becky. Where are they? And all the other stuff, too. What is going on here? Please tell me I'm hallucinating. The alarm clock from the camper. Wait, only 20 minutes have passed? Then why is it so bright all of a sudden? Well, that Veech weg ist. I really hoped the sunlight was playing tricks on my eyes. Ja, dann. Komm mal rein in den Park. Okay, it's von Morse begann. Parkland. Welcome to Ravenwood Parkland. I'm Gerald Widmarsh, the owner. Hmm, a missing family? A stolen camper? A monstrous creature? Outside my park? Okay, okay. Please, calm down, ma'am. I'll be happy to help you. Though I'm sorry to say we didn't see anything. We only opened a few minutes ago. Hmm, seems I left my cell phone in my mansion on the other side of the valley. I'll go call for help. In the meantime, why don't you relax and tour the park a bit? Take a ride on the Redwood Gondola, free of charge. You can get a ticket here at the shop. Oh, and we've just had new maps printed. Here, take one. They look great, don't they? Okay. In any case, you can find me in my residence on the other side of the valley. Okay. Ah, der Typ gefällt mir irgendwie nicht. I'm off to go call for help in just a moment. Irgendwie gefällt mir der Typ überhaupt nicht. Wollen wir uns die jetzt Anna angucken? Wollen wir uns die alle angucken? Wollen wir uns die alle angucken? Ernsthaft, jetzt müssen wir so mini Schmetterlinge achten. Welcome to the park, ma'am. Oh, Gott. I overheard you speaking to Mr. Whitmarsh. What a frightening story. I'm sorry to say, I didn't witness a thing. Here's that Redwood Gondola ticket. You might as well enjoy the view. It'll be some time before help arrives. Should you need anything at all, don't hesitate. Something's wrong here. Everyone's too friendly and cheerful. I should have a look around. Ja, irgendwie mag ich den Typen nicht. Ich weiß auch nicht warum. Da fehlt irgendwas für das Auge. Die Butterfly Pendant. Becky was wearing it around her neck. Hi, Mom. She's gone. I'm scared. What's it doing under the snack bar door? Is Becky in there? But they all claimed not to have seen a thing. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir jetzt zurück, weil die Kette konnten wir irgendwo einsetzen. Problem ist nur, das Ding ist ja nicht mehr da. Die Renovierung geschlossen. Die Schnackballwürde abgeschleuselt. Die Schnackballwürde abgeschleuselt. Wenn's jetzt da gekriegt. Good morning, man. When the museum opens in a few minutes, you can go up and ride the gondola. Spannende Musik Doch, mit dem Glasschneider können wir doch jetzt dann hier ... Strange. How come it was locked from the inside, if there's no other exit? Or is there? ... ... ... ... ... ... Das könnte ... Da ist jemand. Da könnten wir gleich reingehen, aber vorher ... Okay. Ach, ich weiß es auch nicht, ey. ... ... ... ... ...